hallo allerseits heftige bewegung an den börsen wir haben es gestern schon gesehen heute ja ein wenig zumindest mal erholt zumindest bei einigen der titel wir werden gleich auch auf die us amerikanischen indizes noch mal eingehen jetzt aber erstmal rohöl denn rohöl ist ja doch eine ganz spannende ganz interessante geschichte und ja offensichtlich im moment sehr stark abwärts orientiert so richtig die stärke zumindest mal aktuell haben wir noch nicht gesehen zwei sachen die ich auf jeden fall ansprechen will das eine sind sowas wie diese cluster und ihr seht es hier ist so eine box da hatte ich erwartet dass der kurs rein läuft das ist so in etwa wenn der kurs so läuft hier ihr seht dass hier abwärtsbewegung abc hier hoch dann die erwartung hier und dann gute chancen dass der kurs da abhalt aber ihr seht wie wichtig es ist immer auch noch mal eine bestätigung mitzunehmen man kann natürlich hier an der stelle long gehen muss dann allerdings damit rechnen dass wenn man dadurch geht wenn der kurs dadurch geht auf der unterseite dann auch wirklich die position schließen dann ist das erst mal ein vakuum dann fällt er mindestens oder typischerweise mindestens mal bis in den nächsten unterstützungsbereich und genau das ist hier passiert also wer ihnen unterstützt eine bestätigung abwartet musste darunter ja gar nicht leiden denn der kurs hat ja hiermit nicht in irgendeiner form gezeigt dass er aus diesem bereich hier irgendwie stark hervorkommt insofern alles safe wer hier auf pauschal einfach mal ein einstieg wagt der musste halt hier hinnehmen dass er einmal ausgestoppt wurde hätte aber im gewinnfall natürlichen bombastische chance risiko gehabt das müsst ihr immer abwägen was euch lieber ist ist ob ihr mehr auf die trefferquote oder mehr auf der chance risiko verhältnis hier zielt das ist etwas was viele doch ja sehr schwierig sagen wir mal in einklang bringen viele sagen ja aber man weiß doch immer nicht was passiert du hast doch selber keine ahnung was passiert das ist völlig richtig wir händler das muss ich immer wieder betonen es geht gar nicht darum und ich möchte niemals den eindruck hier schaffen dass ich weiß was als nächstes passiert das ist ja fahrlässig wenn man sagt wir wüssten was hier passiert das ist die charttechnik ist dazu genauso wenig in der lage wie fundamentale oder sonst irgendwelche geschichten das entscheidende ist nur wir haben dann eine idee wie wir damit umgehen das ist glaube ich der einzige vorteil nicht dass wir alles besser wissen wie es dann läuft sondern dass wir vielleicht eine idee haben wie können wir das ganze absichern im moment ist der kurs jetzt sehr weit runter gelaufen hat auch dieses hier nicht genutzt das wäre die nächste chance gewesen hier umzudrehen und er hat dabei auch diese zwischen hochs hier ungenutzt verstreichen lassen die sind insofern ganz wichtig dass ich bis dahin eigentlich ganz keine schlechte chancen gesehen habe dass der kurs nach oben geht wäre das so gewesen dann hätte man locker sagen konzert hier eine korrektur zack hier wieder so eine klassische abc korrektur und die fortsetzung aber spätestens mit bruch durch diese marke hier ist klar dass dieses bild so wie ich das jetzt hier oben eingezeichnet habe in blau so nicht mehr realistisch ist weil der kurs hier mit einer starken überschneidung ist und abgesehen davon sehr stark nach unten das kann die charttechnik alles nicht vorhersehen aber zumindest sieht man hier jetzt optisch dass sie dass die marktteilnehmer jetzt das bullische bild aufgegeben haben wenn noch ein bullischer rest funken an hoffnung da wäre hätte man vielleicht sogar hier notfalls auch hier also im oberen bereich jetzt dieser zwischen hoch magie aus mai gesagt okay dann drehen bald wieder oder warten zumindest halten hier mal an und gucken uns die situation in ruhe an das sind alles verhaltensmuster die bullisch sind das ist jetzt geschichte offensichtlich ist der markt nicht in dieser richtung aktuell unterwegs und das lässt ein wenig vermuten dass vielleicht sogar jetzt die nächste große korrektur beim rohöl ansteht also ihr seht dass dieses szenario haben wir ja hier gehabt bis zu diesen alten zwischen hochs hier da ist der kurs offensichtlich erst mal abgeprallt nicht weil die marke so stark ist aber weil das eben eine möglichkeit ist mal zu verschnaufen und die marktteilnehmer haben das genutzt das heißt sie haben hier schon mal gezeigt ja so richtig glücklich sind wir nicht und wenn es ein kleiner rücksetzer gewesen wäre klasse dann ist auch locker chancen für dann die nächsten cluster bereiche oben drüber da er das aber nicht nutzt für einen kleinen rücksetzer sondern sich jetzt ins bodenlose fallen lässt was auch immer das bedeutet ist das positive bild jetzt erstmal ganz schön angekracht und selbst wenn der kurs jetzt noch mal sich erholt würde ich es bevorzugen mit den kursüberschneidungen hier dass er eher mit mühe nach oben kommt und eben nicht mehr das volle potenzial nutzt das heißt dass damit diese marken die wir hier oben vielleicht auch nochmal über der 90 der 95er marke haben einfach deutlich weniger aggressiv angegangen wird denn man muss sich immer überlegen wenn die leute doch sowieso so bullisch sind weil es doch so tolle gründe gibt für den oder jenen kursverlauf warum machen sie es denn dann nicht und hier hat man ja offensichtlich gesehen dass die marktteilnehmern dem nichts entgegensteht stellen mehr dass sie sagen dann lassen wir es halt vorläufig im gegenteil bieten sich damit jetzt erneute chancen auf der abwärtsseite sogar nämlich dass der markt jetzt eben nicht mehr auf der bullischen seite seine betonung hier findet sondern dass der markt gegebenenfalls die marktteilnehmer ganz konkret gegebenenfalls bei der nächsten abc korrektur so ähnlich wie wir das hier auf der aufwärtsseite auch das war ja auch wenn das ein bisschen verklausulierte aber eine abc situation das hier als bruch nach unten also wenn wir sowas haben dann wäre das hier die nächste bewegung als vielleicht fünfte welle die wir dann hier haben also ein abermaliges indiz dafür dass die aufwärtsseite im moment nicht die ist die en vogue ist also das mal als hintergedanke dazu im moment sieht es nicht so super bullisch aus das heißt nicht dass jetzt nicht mal ein anstieg kommen kann wir haben hier unten ja auch noch ein kleines cluster wo der kurs jetzt einmal festgehangen ist aber es wird sich zeigen ob wir jetzt tatsächlich nur so ein gewackel bekommen oder ob wir jetzt das was ja viele als v-antwort oder v-förmiges rebound dann gesehen haben also wenn der markt jetzt so steil geht ihr seht das ist ein unterschied ob der markt jetzt so hoch geht ihr seht immer wenn es so diese dreiwelligkeit ist das ein indiz dafür dass das wenn es gebrochen wird das ist immer wichtig also nicht das dreiwellig das könnt ihr an dem punkt nicht erkennen wenn der kurs dann so läuft dann wäre es dann nachher ja doch super sondern ein indiz ist immer dieser bruch dieser letzten tiefmarke so ähnlich wie es da gemacht habe ich habe es bewusst so gesagt es ist ein indiz ist natürlich kein beweis dass es danach passiert aber dass sich dann die bewegung nochmal erstmal zumindest fortsetzt über die zielweite ist dann nochmal ein anderes thema aber dass sich diese richtung erst nochmal fortsetzt deshalb spannend ob wir jetzt im größeren sowas bekommen oder ob wir jetzt sowas bekommen dass der kurs zwar hier eine antwort nach oben macht von mir also runter kommt aber dann eben nicht mehr da unten drunter geht sondern eben weiter läuft solange da oberhalb bleibt haben wir auf der short seite da nichts zu suchen nur wenn er eben so ein abc macht und dann hier drunter geht das wäre aus meiner sicht eine ganz klassische situation dort also insofern im moment die bärische seite hat deutlich mehr an gewicht gewonnen dadurch dass wir eigentlich typische unterstützungszonen auch nun nicht mal ansatzweise genutzt haben nicht mal versucht haben es diese richtig zu nutzen das wurde nicht versucht das wurde nicht versucht gut hier hängt da jetzt so ein bisschen aber das ist wie gesagt so sehr im überlappungsmodus dass das jetzt vorläufig gar nicht mehr so spannend ist so jetzt haben wir so lange gequatscht dass wir eigentlich gar keine zeit mehr haben für die us amerikanischen indizes aber den s&p will ich deshalb trotzdem mal einmal ganz kurz zeigen denn hier haben wir zumindest mal eine chance nachdem wir jetzt hier eine sehr starke abwärtsbewegung guckt euch das an das ist so eine abc geschichte kann ich jetzt ganz sicher sagen dass der kurs nach unten geht nee im moment geht er auch nicht nach unten ja also wenn wir hier oben steht können wir schlecht sagen der kurs geht nach unten ja das ist ein ganz gutes zeichen allerdings wenn diese marke durchstoßen wird dieses letzte zwischentief heute nachmittag 15 30 wenn das durchstoßen wird dann muss man sich ernsthaft die frage stellen also ihr wart wirklich auf der bullischen seite denn dann ist das das über wie über 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 ja überragende bild sozusagen das ist dieses abc was wir hier haben das wäre ein ganz klarer ein brennend heißer short trigger ob der kurs da dreht und da durchgeht das weiß ich auch nicht das kann ich genauso wenig sagen wie wahrscheinlich alle anderen menschen bis auf ganz wenige mit der glaskugel aber ansonsten kann man das nicht sehen aber wenn er hier durchgeht dann bin ich mir sehr sicher dass wir auch dieses niveau erreichen was heißt sehr sicher aber dann sind die chancen dafür sehr groß und wir haben sogar sehr große chancen dass vielleicht sogar diese geschichte hier sich anschließend noch mal fortsetzt wie gesagt ob das hier passiert jetzt muss ich natürlich hoch finden das weiß ich auch nicht aber wenn er diese marke triggert wäre das eine möglichkeit hier auf diese ziele zu setzen und dann seht ihr dann ist eine stopgröße ungefähr sowas zum beispiel ein bisschen tiefer so in etwa und unsere target weite ist die hier und da seht ihr das ist eigentlich der wesentliche vorteil bei der charttechnik nicht dass die alles immer besser weiß und genau weiß was als nächstes passiert sondern dass wir hier eine größere chancenseite haben als eine verlustseite in diesem fall und selbst wenn wir nur eine trefferquote von 50 50 wo man sagt ha selbst wenn ich keine ahnung habe weiß ich noch wie ich hier ja richtig selbst mit keiner ahnung läge man hier noch im vorteil wenn sich das tatsächlich so ausgeht es kann natürlich auch vorher drehen und so weiter aber das sind so diese standard größen wir gehen ja jetzt mal nicht auf das fine tuning sondern auf das generelle verhalten also das wäre für mich ja ein entsprechender trigger so und jetzt abschließend noch und die long seite ja die long seite wäre auch noch spannend aber nur dann wenn der kurs in der aufwärtsrichtung wackelig runter kommt dann sage ich natürlich naja gut wackelig runter wäre eben nochmal die fortsetzung also damit blieben wir aber ja auch über dieser trigger marke hier dann wäre sowieso ja short vorläufig nicht das thema und dann wären wir wiederum fünf fällig nach oben und wenn dann eine abc runter wäre wäre ich der erste der dann sagt naja dann ist doch long wieder genau das richtige so ich hoffe ich habe euch damit ein bisschen einen eindruck verschaffen oder verschafft wie ich die situation hier lese bei den verschiedenen merken ich drücke euch auf jeden fall die daumen dass sie auf der richtigen seite legt und wünsche euch alles gut